Hey! Hier sind die Sisters Brothers! Ihr habt nicht die geringste Chance! Charlie, wir hatten einen schönen langen Lauf. Wir sollten aussteigen. Wir könnten zusammen einen Laden eröffnen. Einen Laden? Was ist das für ein Schwachsinn? Na schön. Was als nächstes kommt, wird dir nicht gefallen. Wir sind die Sisters Brothers. S-i-s-t-e-a-s. Die Schwestern. Wir haben genug Geld, um ganz aufzuhören. Um mit was aufzuhören? Menschen umzubringen. Ja, klar. Du weißt schon, dass unser Vater vollkommen verrückt war und wir sein faules Blut haben. Unser Vater hat getrunken, Charlie. Wir suchen einen Mann namens Warm. Er hat unseren Auftraggeber bestohlen. Ich habe ihn gefunden, Gentlemen. Warm hat eine Formel. Man schüttet es in den Fluss und es bringt das Gold zum Leuchten. Haben Sie es je getestet? Meinst du, das sind sie? Ja, wir müssen kämpfen. Ist deine Waffe geladen? Wir sind die Sisters Brothers. Wir sind gut in dem, was wir tun. Charlie! Bist du sauer? Ich verschwinde. Was ist los mit dir? Du hast mich in der Öffentlichkeit geschlagen. Also los, schlag mich! Schlag mich! Scheiße! Was ist ein gottverdammtes Problem? Was ist das? Ich frag mich! Was ist ihm?